Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT-Bahn und seiner fröhlichen Bastelstunde Spur TT. Ja, ich möchte mich heute mit den Basic 3 von TAMS beschäftigen, das ist der FDR, also der Funktionsdekoder von TAMS. Den verbaue ich bei mir sehr oft in Waggons. Einzigen Nachteil, den der hat, die kann man nur in Waggons verbauen, wo keine Neonleuchte drin ist. Also wenn ich Neonlicht darstellen will, kann ich mit diesem Dekoder nicht machen. Ansonsten für alles andere, für alle normalen Beleuchtungen, Schlussbeleuchtung, Spitzenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, ist er ein ganz feines Teil für einen fairen Preis, finde ich. Und man kann wirklich sehr viel damit machen. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Und worum es mir hauptsächlich geht, ist die Vervielfältigung dessen, was ich auf denen programmiert habe. Also ich habe jetzt vier Wagen, die vier Wagen sollen dann alle die gleiche Adresse bekommen, sie sollen die gleichen Lichtausgänge in den Wagen steuern und, und, und. Also alles so, dass der erste Dekoder praktisch für alle anderen Dekoder, die ich in diesem Zug laufen habe, Funktionsdekoder, praktisch das Spiegelbild ist. Und wie ich das hinbekomme ohne die TAM-Software. Ich habe mir ja die TAM-Software runtergeladen, die gibt es ja. Die hat aber den absoluten Nachteil, die hat nur drei, können wir nachher, glaube ich, mal schnell reingucken, drei Basis, also Zentralen, die damit zurechtkommen. Also ich kann nicht über meinen Logprogrammer von D&H, ESU, ZIMO oder über die Z21 oder so diese Software anwenden, um den Dekoder zu programmieren und das programmierte Programm sozusagen zu hinterlegen und das dann wieder zu vervielfältigen auf anderen Dekodern. Dazu brauchen wir eine TAM-Zentrale, da habe ich nicht, werde ich mir auch nicht anschaffen. Deswegen gehe ich den Weg über die ZCS-Software. Das ist die Software, die es zu den Logprogrammer von ZIMO gibt, die dafür entwickelt worden ist, zwar nicht von ZIMO selber, aber für den ZIMO-Logprogrammer. Und mit dieser Software kann ich entweder über den ZIMO-Logprogrammer, wenn ich den habe, oder über die Z21 den TAMS-Dekoder programmieren. Dann, das läuft folgendermaßen ab, ich programmiere den ersten, also ich habe jetzt vier Wagen, vier TAMS-Dekoder, tue den ersten programmieren, stelle daran alles ein, speichere das und kann das dann auf die anderen übertragen. Also muss ich nur einen Dekoder komplett mit den einzelnen CVs einstellen, was da alles eingestellt werden muss und die anderen kann ich dann einfach abkupfern. Zur Not, wenn ich zwei Züge von derselben Gattung habe, die Adresse vielleicht noch ändern, aber der Rest ist halt alles dasselbe. Und darum ging es mir eigentlich, dass ich nicht jeden einzelnen Dekoder wieder komplett mit jeder CV programmieren muss, sondern einen fertig mache und dann die anderen praktisch einfach nur das Programm auf den nächsten Dekoder programmieren kann. Oder überschreiten kann, ohne dass ich hier ewig dran rumfummeln muss. Und darum geht es heute und das schauen wir uns jetzt mal an und ja genau, kleine Umbaumaßnahmen hier und dann sehen wir uns da gleich wieder und gut, also bis gleich. Ja meine lieben Freunde und da sehen wir ihn, also das ist jetzt mal die Anleitung für diesen Dekoder, für den FDR BASIC 3 von TAMS. Ist keine Werbung, ich bekomme kein Geld von dieser Firma, es ist nur der Dekoder, den ich sehr häufig als Funktionsdekoder verwende, wo ich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und nun will ich euch teil dran haben, wie ich das hier mache und was er alles kann und was er nicht kann. Bei der Seite 16 haben wir die technischen Daten, mal ein bisschen runter, also technische Daten, das ist mal so der Umriss, was der Dekoder kann und nicht kann. Jetzt machst du hier mal ein bisschen kleiner, da passt hier alles drauf. Also Datenformate DCC, Motorola, Rückmeldung, Redekom, Spannungsversorgung 12 bis 24 Volt Digitalspannung und 18 Volt Gleichspannung, wenn ihr analog unterwegs seid. Stromaufnahme angeschlossene Verbraucher maximal 20 mA, Gesamtstrom 700 mA, Anzahl Funktionsausgänge 4, Strom pro Funktionsausgang. F0 vorwärts, F0 rückwärts ist jeweils nicht zusammen, jeweils 300 mA, AUX 1 AUX 200 mA, Anzahl Schalteingänge 1, Anschluss von Stützelkos 1, man kann allerdings an diese Elko-Schaltung auch eine Pufferschaltung anbringen. Also wenn man einen größeren Puffer möchte, ist das über eine Pufferschaltung möglich. So, Schutzart, Umgebungstemperatur, Umgebungstemperatur, Lagerung, also im Betrieb von 0 bis 60 Grad und Umgebungstemperatur beim Lager minus 10 bis plus 80 Grad. Luftfeuchtigkeit 85 Prozent, also ist es in den meisten Kellern oder Dachkammern oben auch möglich. Abmessung und ohne Kabel wiegt er 1,3 Gramm. Ohne Kabel 0,8 Gramm, mit Anschlusskabel 1,3 Gramm. So, also das wäre jetzt das zu den technischen Daten. Ist ja auch nochmal ganz gut zu wissen. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu dem Puffer. Schwubbeldiwupp, da müssen wir auf die Seite 25. Und hier haben wir den Puffer, wie er angeschlossen wird. Logisch Plus an Plus, Minus an Minus. Das ist ganz wichtig, macht ihr das aus Versehen mal verkehrt rum, macht es Puff, Peng und euch kann die Lokwagen oder sonst was, wo ihr den eingebaut habt, auch locker mal abbrennen. Also, immer schön auf die Popularität des Stützkondensators achten. Jetzt geht es weiter auf der Seite 10 mit den Adressen. Also, Adressumfang wäre im DCC-Format. Die Grundadressen nenne ich es jetzt mal, also die Adresse trägt man ja an der CV1 ein und ist vom Werk her auf 3 eingestellt. Und ich könnte aber im Adressbereich 1 bis 127 jede Adresse frei eintragen. Also, möchte ich über die 127 hinweg, also habe ich schon 128 Fahrzeuge oder Adressen, die ich vergebe, dann muss ich das umstellen. Das stellt man der CV29 um und wie man das macht, schauen wir uns auch noch an. Dann ist hier Fahrstufenbereich, was er hat und programmiert wird im DCC über die CVs und bei Motorola über das Register. Motorola kenne ich mich nicht aus, also, aber wenn jemand von Motorola dabei ist, also über Motorola geht es demzufolge auch. Jetzt schauen wir uns mal weiter die Adresse an. Jetzt gehen wir mal auf die Seite 46, Basisadresse in der CV1. Das, was hier vorne steht, ist immer die CV in der ersten Spalte. Könnte ich eingeben von 1 bis 255, funktioniert allerdings nicht, weil die Basisadresse geht ja nur bis 127. Und hier stehen die Wertebereiche, also im DCC-Format, Basisadresse 1 bis 127, im Motorola-Format bis 255. Da haben wir den Grund, warum das hier bis 255 geht. So, erweiterte Adressen kann man hier umstellen, kann man aber auch in der 29 umstellen. Und soweit ich weiß, also die Zentralen, die mir inzwischen bekannt sind, denke ich mal, ist das in jeder Zentrale so, dass man das über die 29 umstellt und die anderen beiden CVs werden automatisch mit umgestellt. Die Consist-Adresse, das ist praktisch die Verbundadresse. Das ist für mich wichtig, also ich fahre viel oder bin jetzt gerade dabei, viele Züge oder die meisten Personenzüge, Güterzüge nicht so, aber die Personenzüge, bin ich dabei fest an die Loks zu binden, die sie ziehen. Also, das hat die Lok dieselbe Adresse wie die Wagen im Verbundbereich. Und das heißt, ich kann von Prinzip her, wenn ich jetzt zum Beispiel beim DC den Lokomotivführerstand aufrufe, sind ja meine Funktionstasten da. Und da kann ich die Funktionstasten für die Wagen mit hinterlegen. Also, ich habe jetzt bei meinen Wagen zum Beispiel 11 und 12, 11 ist Bremserhäuschen, 12 ist Wageninnenbeleuchtung und das Schlusslicht, das geht nochmal mit über F0R, also F0 rückwärts. So, die 11 und die 12 muss ich natürlich dann integrieren beim TC zum Beispiel, bei meiner PC-Software, dass ich, wenn ich die Lok aufrufe, auch die Beleuchtung, die Innenbeleuchtung der Wagen mit nutzen kann. Und dafür gibt es die Verbundadresse oder Verbandadresse, Verbundadresse, Verbund, klar Verbund. Und wenn ich diese einstelle, komme ich beim Adressvergabesystem an meine Grenzen. Da geht es nur von 1 bis 127. Also, wenn ich solche Züge mir formatiere und das mir zulege, sozusagen, muss das bis zur 127 geschehen. Bin ich im Adressbereich weiter, kann ich darüber hinaus mit diesem Decoder keine Verband mehr bilden. Also, ich hoffe, das war jetzt halbwegs erklärt. Man kann es ja hier eigentlich aber auch gut lesen. Warum ich jetzt gerade erwähnt habe die 11 und die 12. Das Problem bei dem Funktionsdecoder hier, Problem in Anführungsstrichen, ist, dass ich im Consist-Betrieb nur die F-Tasten 0 bis 12 nutzen kann. Ich habe hier normalerweise 28 F-Tasten, die ich belegen kann. In den Consist-Betrieb kann ich nur bis zur 12. Deswegen habe ich die 11 und die 12 gewählt. Kam mir in meiner Log-Programmierung am günstigsten. Da war am wenigsten umzuprogrammieren. Die Tasten waren vorher anders belegt, aber da ich, wie gesagt, die zwei Beleuchtungstasten mit in der Log drin haben wollte, habe ich das so programmiert, dass das in der Log auf der 11 und der 12 reserviert ist für die Wagen. Dass ihr euch das bildlich vorstellen könnt, bin ich jetzt mal hier in meinem TC drin. Und hier habe ich jetzt meine 255er, um die es hier eigentlich geht. Und das ist jetzt einmal, also jedes Mal der Viererzug mit den Abteilwagen. Und da habe ich jetzt die Baureihe 55 mit der Adresse 114. Und hier ist das schon geändert. Wenn wir jetzt hier in die Funktionen reingucken, ist jetzt hier die Funktionen 11 und 12 schon geändert und sind praktisch die Schalter für das Bremserhäuschenlicht und für die Innenbeleuchtung der Abteilwagen. Bei der 115 hingegen, bei der Log ist das noch nicht geändert. Wenn ihr hier guckt, 11 und 12, da haben wir noch Kompressor und Führerstandsbeleuchtung. Das muss ich jetzt hier im TC noch ändern, aber auch in der Log muss das noch geändert werden. Also die Log ist jetzt auch noch nicht umprogrammiert. So, nur dass ihr wisst, was ich meine. Also im Verband ist es dann möglich, diese Waggons über die Log mit zu bedienen, schalttechnisch. Und hier haben wir das, was ich eben gesagt habe mit den Tasten. So, in der CV 21 und 22 betrifft jetzt immer noch vom Prinzip her die Adressen. Jetzt sind wir im Bereich der Consys-Adresse. Und jetzt kann ich hier aber nur die F-Tasten bis 12 in der Adressvariante nur bis 12 F-Tasten belegen. Jetzt bin ich natürlich bei mir auf 11 und 12 gegangen und ich brauche noch die F0 rückwärts. Also muss ich in die CV 22 gehen, nehme den Wert 2 für das F0 rückwärts, dann nehme ich den Wert 16. Da sind wir schon bei 18, also das müsst ihr immer zusammenrechnen. Das, was ihr benötigt, also die 2, dann F11 hat die 16, muss die 2 plus die 16, sind wir bei 18. Und dann F12 hat die 32, 18 plus 32 bin ich bei 50. Also muss ich in die CV 22, 50 eintragen, will ich das F0 vorwärts noch mit haben, wäre es 51. Und dann kann ich diese Tasten im Consys-Betrieb bedienen. Mache ich das nicht, kann ich die F-Tasten nicht bedienen. Also ihr müsst das hier, wenn ihr in die Verbundadresse geht, ändern. So, jetzt haben wir das schon mal als Grundlage. Weiter geht es mit den Effekten. Es gibt auch Effekteinstellungen für die einzelnen Funktionsausgänge. Und da begeben wir uns jetzt mal auf die Seite 12. So, hier sind meine Funktionsausgänge, die mir hier in diesem Decoder zur Verfügung stehen. Also ich habe vier Funktionsausgänge, F0 vorwärts, F0 rückwärts, AUX1, AUX2. Fahrtrichtungsabhängig, Schalten, Rangierlicht, Invertiertes Schalten, Blinken, Kicken, Dimmen. Das sind so die Effekte, die ich hier habe. Wie gesagt, was hier eindeutig fehlt, finde ich jetzt, ist ein Neonlichteffekt. Der fehlt definitiv. Das wäre natürlich dann ein großer Vorteil, weil ich kann diesen Decoder vom Prinzip her in Wagen, wo original Neonlicht verbaut war, nicht nutzen, da ich dieses Neonlicht nicht darstellen kann. oder ich gehe den Kompromiss ein und stelle das mit dem Neonlicht halt nicht dar und habe ein normales Licht. Jetzt schauen wir uns mal das mit den F-Tasten an. Und jetzt kommen wir schon mal zu einem etwas interessanteren Thema. Oder was heißt interessanteren? Interessant fand ich jetzt eigentlich fast alles. Klar, es ist Theorie, es ist ein bisschen staubtrocken. Und als Lehrer bin ich, glaube ich, auch nicht der Beste. Aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem häufig bei Laune halten. Ich muss jetzt auf Seite 30 und in der CV29, sagen wir es mal so, stellt man eigentlich so die Grundeinstellung des Decoders ein, die Fahrstufen. Ob er analog kann oder analog nicht kann, können soll, ob Welcome an ist oder aus ist, Basisadresse oder erweiterte Adresse, ob Fahrtrichtung invertiert oder normal, das kann man jetzt hier alles locker einstellen. Also, und das ist jetzt hier auch wieder erklärt. Also ich gehe in die CV29 und das sind die Werte, die ich eintragen muss. Also jetzt muss ich mir überlegen, was ich will. Angenommen, ich muss die Fahrtrichtung invertieren, also heißt umdrehen, nehme ich die 1. Ich will jetzt meine 128 oder 28 Fahrstufen haben. Brauche ich die 2, bin ich jetzt schon bei 3. Analog Erkennung 1, wenn ich das will, muss ich die 4 nehmen. Will ich es nicht, nehme ich die 0. Werkseitig ist er eingestellt auf 4. Ich will das nicht, ich nehme hier die 0. Also bin ich jetzt immer noch bei 3. Welcome 1, möchte ich, bin ich jetzt bei 11. So, wenn ich jetzt also praktisch die Fahrtrichtung invertiere, ich will 128 Fahrstufen haben und ich will das Reelcom einschalten, muss ich den Wert 11 eintragen. Möchte ich jetzt oder muss ich die erweiterten Adressen schon in Anspruch nehmen, kommt die 32 noch mit dazu. Also wäre der Wert, den ich in die CV eintrage, also hier in den Wertebereich, wären dann 43. Geliefert wird es, ihr seht es, im programmierten Zustand von 14. Und die 14 ergibt sich, also normale Fahrtrichtung ist 0, Fahrstufen 2, also hier die 128 Fahrstufen, die 2, dann Analog Erkennung ist bei denen immer eingeschaltet, da sind wir bei 6 und die Reelcom ist eingeschaltet, da sind wir bei 14. Also so ergibt sich die Grundeinstellung von dem Dumps Decoder, wenn ihr die 29 auslest wird und der Decoder ist noch nicht umprogrammiert, wird immer die 14 erscheinen. Dann haben wir noch als nächstes die Funktionszuordnung. Jetzt zum Beispiel F1 ist AUX 1. Das ist immer mit der 265 jetzt zum Beispiel. Bei der F-Taste 1 mit 265 und 269, da kommt jeweils die 4 rein. Lasse ich jetzt bei der 269 0, geht ja nur Fahrtrichtung vorwärts. Mache ich das umgedreht, mache hier die 4 rein und hier oben bei der 265, die 0, geht ja nur in Fahrtrichtung rückwärts. Und die F-Tasten sind halt so angelegt, dass es hier nur vorwärts und rückwärts gibt. Also ihr habt für jede F-Taste zwei CVs. Und diese zwei CVs sind zuständig für vorwärts und rückwärts. Lasse ich eine weg, geht es jeweils nur in die eine Richtung. Programmiere ich beide mit jetzt hier zum Beispiel bei F1 mit der 4, geht es vorwärts und rückwärts. Und deswegen, wenn ich diese Funktionsausgänge hier oben, F, also das F und das R, die ersten beiden Funktionsausgänge nehme und lege die hier unten hin auf vorwärts und rückwärts, gehen sie dann vorwärts und rückwärts jeweils. Also ihr müsstet, wenn ihr das jetzt ändern wollt, zum Beispiel wie ich das jetzt geändert habe auf die 11 und auf die 12, also ich habe Aux 1 von der F1 auf die 11 gelegt, dann müsst ihr hier reingehen, die 265 und tragt hier 0 ein. 269, 0 ein. Und hier hinten, die bleiben so wie sie sind. Und beim Aux 2, bei der F2-Taste, genau dasselbe. Kommt die 8 weg, kommt 0 rein. Und bei 277 kommt dann auch 0 rein. Und dann gehe ich einfach hier runter. 11 hat den Wert 4, also Aux 1 hat den Wert 4, trage ich hier 4 ein. Bei 345 und bei 349 auch die 4. Um die F12-Taste zu aktivieren, trage ich in der 353 die 8 ein. Und 353, äh, 357 die 8 ein. Da habe ich dann auf der F12-Taste Aux 2 drin. So, das war jetzt das zum Funktionsmapping. Also, so kann ich das jetzt runterschalten. Äh, runterschalten. So kann ich das jetzt ummappen. Also, ich kann jetzt vom Prinzip her die Tasten umbelegen. Und wie gesagt, in der COSIS-Adresse, also der Verbund-Adresse, geht es nur bis zur F12, was ich dann insgesamt schalten kann. Ansonsten bin ich im normalen Adressbereich unterwegs, kann ich bis F-Taste 28 auswählen. So, das ist jetzt das. Und jetzt gehen wir nochmal kurz auf die Seite 39. Genau, da sind wir hier. Und hier ist beschrieben, wie man die einzelnen Ausgänge dimmen kann. Also, jeder Ausgang hat ja wieder seine eigene CV, logischerweise. Wir haben vier Ausgänge, also vier CVs. Sie geht 47, 48, 49, 50. Und da habt ihr den Wertebereich 1 bis 64. 64 sind es alle eingestellt. Das ist die Maximalspannung. Und 1 ist die Minimalspannung. Also, zwischen 1 und 64 kann ich auswählen und kann mir den Helligkeitsgrad für meine Beleuchtungseinheiten raussuchen. So, das soll es jetzt hier erstmal gewesen sein. Im zweiten Teil gehen wir darauf ein, wie wir, oder im praktischen Teil dann darauf ein, wie wir den Decoder programmieren. Zum Beispiel mit der ZCS Software und wie ich den dann vervielfältigen kann. Also, das wird dann gleich der zweite Teil. Bis dann, tschüss und vielen Dank für euer Interesse. Und dann, tschüss und vielen Dank.